Das ist unsere Bedwars Map und die ist heute um einiges gewachsen, denn ganz tief in dem Bedrock haben wir unsere Base versteckt, Leute, hier, das ist meine Base, let's go! Und ich habe noch nicht meine Spitzhacke, Leute, und endlich ist auf der anderen Seite, oh nein, Leute, warte, wo ist hier nochmal mein Ausgang? Ähm, das ist hier sehr kompliziert reinzukommen, zack, das ist die Tür, das sieht sehr verrückt, äh, und jetzt müssen wir schnell nach oben unsere Spitzhacke holen, denn wir sind ja ein Bedwars! Hier ist noch eine Geheimtür, zack, jetzt schnell die Spitzhacke holen, und da vorne ist, wo bist du? Hier bin ich einfach, was geht? Äh, was geht, Bro? Was geht, Bro? Du hast ja auch irgendwo deine Base versteckt, oder was? Ich werde die locker finden, und ich werde dir alle deine Schätze klauen! Ja, ich bin ja bin ich einfach, wo meine Base versteckt ist, und ich werde deine finden! Oh, oh, und wir haben heute keine Energest, oh nein, das heißt, es wird noch schwieriger, Leute, weil wir müssen alles unten in der Geheimbase verstecken, Wieso kaufe ich Holz? Das ist mein Ernst! Nein! Na ja, mit Holz kannst du gar nichts halten, du musst doch in die Mitte! Nein, ich fliege runter! Wie schlecht, Mann! Let's go, Leute, das heißt, wir können zuerst in die Mitte gehen, los! Nein, bitte nicht, Alter, bitte, Mann, ich muss jetzt wieder wieder in die Spitzhacke, du! Natürlich werde ich jetzt... Alter! Yo! Jetzt ist die Base breiter, guck mal! Was hast du gemacht, Bro? Ich habe hier unten überlebt, ich konnte noch einen Block perazieren, ich wäre auch fast runtergefallen! Oh, Mann, du warst viel schlauer, also ich bin einfach runtergefallen! Aber du weißt, ich bin Badrush-Profi, Jensen! Let's go! Oh, Mann! Du musst erstens meine Geheimbase finden, was viel zu schwierig ist, wenn du mir gleich was klauen willst! Und es wird unmöglich heute für dich, unmöglich! Für dich wird es heute unmöglich zu gewinnen! Ich falle die ganze Zeit runter! Nein, was soll das, Mann! Sehr gute, sehr gute, Leute, das ist unsere Chance! Nein, das ist gar nicht deine Chance, ich muss gewinnen! Ich kann hier direkt die Glücksspitzelzecke kaufen, das machen wir! Und was für zwei hier, irgendeine Waffe oder so? Ich hoffe, wir kriegen hier irgendwas Gutes raus! Und Badrush-Profi müssen wir gleich kaufen und unser Bett nochmal extra absichern! Ja, wir haben ein neues Schwert! Die mit Tag-Damage ist jetzt nicht so gut, aber... Oh, Mann, Bitz, ich brauche es doch auch, wenn ich am Ritzelzecke! Wir haben die Glücksspitzelzecke, das ist sehr wichtig! Stich, so, los! Let's go, Ente! Guck mal, wie viel ich fahre mir! Ach, so stinkt! Ich hab meine Tasten falsch eingestellt, ey, deswegen! Sehr gut, ey! Und auf jeden Fall, Ente, der Gewinner bekommt heute 100 Euro auf Io-Stein! Also, bald, die Gänze! Weil bis jetzt bist du noch runtergefallen, Ente, das sieht nicht gut aus für dich! Ente, du willst in die Mütze, oder was, Ente? Oh, bitte, Mann, bitte, du hast so viel Zeit, ich muss meine Störung umstellen! Nein! Bitte, das soll ich mir! Ich hab meine Störung umstellen, bitte! Mann, jetzt hast du dein Vorsprung! Ey, hoff mich zu provozieren! Oh, es wird Ente! Heute werden wir gewinnen ohne Ente! Gegen Ente werden wir gewinnen! Oh, bist du so frech, Helfer! Was hab ich dir getan, Mann? Guck dir meine Super-Lucky-Blöcke an! Meine Spectre-Lucky-Blöcke! Noch ein Schwert und... Bro, bro, bro! Hast du dein Bett gesehen? Ähm, ja... Guck mal, was ich da habe hier! Guck mal, was ich in der Hand habe! Ente, was ist das? Hä? Du kannst mal... Das ist mein Bett! Das ist dein eigenes Bett, Ente! Ich hab auch noch ein Bett! Ja, siehste, ich hab dich geträumt, Bestie, Ente! Was bringt dir das jetzt, Ente? Du verschwindest aus dem Bett und lässt mir jetzt selber uns endlich mal! Ich hab die Bandblock-Spitz-Sack! Ich muss sie nicht mehr kaufen! Die müssen sich nicht mehr sichern gehen, Leute! Die müssen sich auf jeden Fall sichern gehen! Wo hast du die Bandblock-Spitz-Sack jetzt gescheitert? Und ich brauch schnell eine Waffe gegen Ente! So, Leute, jetzt sind wir erstmal abgesichert! Ich hab noch vielleicht eine Änderperle... Woher hast du die Bandblock-Spitz-Sack jetzt schon? Frag mich nicht, Ente! Ich werd das niemals sagen, Ente! Du hast die aus dem Lucky Block bekommen, 100%! Von mir wirst du es niemals erfahren, wo ich das sehe, hab so Leute, die schnell alles lagern gehen! Aber auf jeden Fall alles! So, Ente, wird meine Base niemals finden! Ente, wenn du wüsstest, ich hab hier schon mal alles gelagert! So, mein Bett noch auch nochmal einbauen! Zack, zack! Es ist vorbei für dich, Ente! Oh nein, das ist nicht gut! Das ist gar nicht gut, Mann! So, hier noch ein Schwert zur Sicherheit! Die vielleicht noch verfallen! Sehr gut, eh! Sehr gut, eh! Und sie vielleicht auch noch mal vor dem Bett zwei Platz ziehen, damit die uns wirklich niemals besiegen! Ich bin abgesichert, Ente! Du wirst auf jeden Fall verlieren! Denkst du? Wirklich? Ich werd mir den Pokal jetzt holen, Ente! Du wirst dir den Pokal holen, Bro! Ich glaub, heute wirst du Haus noch verlieren, Ente! Das denk ich nicht, Ente! Oh, ich hätte die Glücksspitzer gekauft sollen! Was hast du gekauft, Ente? Gar nichts, wieso? Ähm, Leute, ich glaub, das könnte jetzt ein Problem für uns sein! Echt? Ich könnte ein Problem für dich sein, Alfa! Was hast du denn in der Hand, Ente? Was ist das? Gib mal deine Deckung auf, Bro! Du hast einen Flammenwerfer, ich seh das! Oh, wow! Ich weiß noch, wie man den benutzt! Oha, wie weit geht der? Okay, Ente! Was versucht er mit deinem Bogen? Komm schon, bitte! Ich muss nach unten! Oha! Das ist ein Damage, macht der! Nein, 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 nein,iłß! Komm schon! Ente, du bleibst schön weg, Ente, du bleibst schön weg! Endlich, ich will nicht alles verlieren! Dein Flammenwerfer dürfte bald leer sein, oder? Nein, Ente, der ist noch auf 100%, Ente! Ich hab ne Batterie gekauft! Herrmann-Feuer, Bro! Ich hab einen Schmalpreis, ne Batterie gekauft, Ente! Au! Nein, 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 nein! Ente, bitte, Ente, bitte, Ente, bitte! Wie, Ente, Will? Du hast es gemacht? Ey, ich hab dich einfach besiegt, Bro! Das geht nicht. Okay, die Spezakul�se, liebe hier Leute, das ist uns zu gefährlich Ente, wenn du sowas nochmal machst Du hast dich... Was dann? Du weißt, mit wem du das hier zu tun hast, Ente Du weißt, das akzeptiere ich nicht So was akzeptiere ich nicht Danke für deinen Flammenwerfer Das akzeptiere ich überhaupt nicht, Ente, ich habe nicht mal irgendwas gesichert Mann, du, das ist eigentlich schwer Oh nein, wie schade Ente, 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 warum? Wie schmeckt denn deine eigene Medizin? Ente, ich hätte nicht gedacht, dass du so bist, Ente, wirklich Ich dachte, du wirst ein anderer YouTuber Ich dachte, du wirst ein besserer YouTuber, Ente, aber nicht so einer Sondern, dass du deine Freundin untergehst Ja, Alfa, ich bleibe jetzt, bitte, du kommst ja nicht mit Ente, wieso bist du so? Weil du es verdient hast Überhaupt nicht, niemand hat sowas verdient Stop, Bro, die bitte, ich bin wieder raus Ich brauche eh zehn Jahre jetzt Ente, warte, das wird Konsequenzen haben Oh, danke für den Bedrock, was du mir gegeben hast Kein Thema, Ente, kein Problem, Ente Das schenke ich dir gerne, mein Freund Äh, du hast doch, hast doch vorhin die Bedrock-Spitzsache einfach verloren Das hast du wieder erarbeitet, Ente, weißt du? Ich weiß Du bist ein Glücksspitzspieler, Ente, mein Freund Warum redest du so drum rum, Alfa? Du hast irgendwas gerade vor? Hä, ich bleibe einfach neun zu dir, weil ich bin dein Freund Ja, 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 du hast irgendwas vor, ich kenne mich Ich will mir die Glücksspitzsache kaufen, sonst hab ich nix Aha, du brauchst die Glücksspitzsache, echt? Äh, die brauche ich, Ente, pack deinen Bogen weg Du packst deinen Bogen weg, hab ich gesagt Oh, ich hab dich nicht getroffen, Warte Du packst deinen Bogen weg, hab ich gesagt, Ente Du brauchst mir gar keine Ahnung sagen hier Du, was willst du machen? Ich sitze hier am längeren Hebel, Ente Äh, ich sitze hier am längeren Hebel? Ente, okay, 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 okay Okay, beweg dich, weg da! Ich geh, ich geh, Ente, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh Es reicht jetzt Ente, warum bist du so? Einfach, ich besiege dich, wenn du jetzt nicht gehst Lass mich auch ein, Ente Ich hab dir ne Warnung gegeben Du nimmst du nicht wahr, verschwind dir Okay, okay Ente, merk ich mir, merk ich mir, Ente, okay? Ja, merkst du ja, du kannst eh nix machen Was willst du tun gegen mich? Für den Verhalten merk ich mir, Ente Ich weiß, was du gerade gegen mich getan hast, Ente Sowas geht überhaupt nicht, Ente Ey, 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 du kannst nicht meinen Satz aussprechen Komm her! Ey, ich kann mich an dir vorbei Du bist so stark, Ente, lass dich! Schade, Bro, schade Du lässt er sofort jetzt Ich lass gar nix Geh weg von der Mitte, du hast genug Abendrinks Ich hab auch genug und ich werd jetzt gehen Ja, verschwinde von mir Verschwinde von mir Verschwinde Ciao, ciao Okay, Ente, warte Ich geb den Colin, du bist in 30 Sekunden down Echt in 30 Sekunden bin ich down, glaubst du wirklich? Ja, ja Oh, ich hab so Angst vor dir, Alfa Du bist sein Baby Ja Du bist sein Baby Ja, ja Du bist frei Du besiegt zu werden, Bro Ich hab den Lucky Block gekauft Oh, ich hab Eis bekommen Oh, die kannst du mir droppen, die Lucky Block, Ente Die kannst du mir droppen Los, los! Oh, was? Woher, Mann? Woher? Hey, 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 hey Hey, wie können wir alles werden? Warte Wo bist du gesponsert? Das ist ein unsichfacher Blöck Ich werd deine Base jetzt lieber nicht verraten Und mich noch weiter verstecken, Ente Wenn du da wieder rausläufst Dann weiß ich, wo deine Base ist Ey, ich weiß nicht, wo meine Base ist Keine Ahnung Ich weiß, du bist ungefähr von hier gekommen Aber ich will Hier ist bestimmt auch irgendwo eine Falle Ich wüsste hier gar nix Gar nix Ich hab das, was ich will Ich hab den super OP-Bogen Na gut, Ente Mehr wollte ich nicht Ente Und wo bist du gekommen? Au, au, au Hör auf damit Oh, oh, okay Ich hab noch genug mit der Waffe, Leute Let's go Wir brauchen hier erstmal die Bedrock-Spitzelkiste Sonst kommen wir da nirgendwo durch Wir brauchen bessere Waffen Hast du dir nix gesichert, Ente In deiner Kiste unten? Äh, nein Ja, das ist sehr gute Sehr gute Arbeit Bist du, was soll ich dir gesichert haben, Bro? Hm, vielleicht ein paar Eintims oder so Aber ich glaub, du hast wirklich nix Sehr gut Ja, leider nicht Ich bin komplett ab jetzt Das tut mir richtig leid So spielst du Bedrock gut, Ente So machst du alles richtig Sonst, du bist ein guter Bedrock-Spieler Oh, ja Aber ich wünsch dich mehr so gut wie du, Bro Okay, jetzt schnell die wieder weg, Leute Ich glaub, du hast einen Geheimplan Ich kauf mir erstmal noch mehr OP-Sachen Und dann kann ihr nix mehr gegen uns tun Ist vorbei für dich Superlucky-Blöcke So, die Waffe ist OP Die holen uns nochmal, Leute Die kann uns retten Äh, du hast ein paar schöne Items, Ente Oh, ey, nein, bitte Ich bin mit deinem Runtergefall mit voller Rücken Ja, los Was soll das, Mann Was soll das? Sehr gut Und jetzt hab ich noch mehr Zeit, um deine Beige zu finden Nein, bitte Das ist so unfair Du spielst echt so unfair Ohne Witze Aber das ist nicht mehr witzig Das ist sehr witzig, Ente Gar nicht Warum nicht? Wie schwach du bist, Ente Das ist sehr gut So Bro, bitte lass mich jetzt so Bitte lass mich jetzt in die Mitte Ein Schwert Ja, kannst du gehen, Ente Ich bin ja gar nicht Gar nicht Ich mach die Kisten mal auch noch auf Vielleicht 21 Attack Damage, Schwert Als ob, was geht hier ab, Leute Was, wie OP ist das? Das ist gerade 21 Attack Damage gesagt Woher, woher, Mann Könnte ich gar nicht Gar nicht sein So, die Glücksspitze Nee, die brauchen wir noch Wir müssen noch mehr fahren gehen Ente, du machst jetzt Platz Ja, okay Ich geh schon, ich geh schon, ich geh schon Ich bewege mich Lauf, Ente Bevor ich komme Ich bin schon weg Ich bin schon weg, Bro Ich bin schon weg, Bro Dann war ich da, lieber Ich seh den Vogel nicht Dann fahren wir noch bis hier Dann machen wir uns unendlich stark Und dann machen wir das hier fertig Wie ein wahrer König Boah, Leute Wenn, dann richtig Ente, schöne Items hast du da, Ente Fühle ich nicht zu greifen Ey, das nächste Gewäß Viel zu OP, Mann Nein, Ente Das ist richtig so eingestellt Mein Schwert Meine Schwert Es ist alles so, wie es laufen soll, Ente Es ist alles richtig Viel zu OP, das Ding Nein, Ente Es ist alles richtig so Stell das nicht in Frage, Ente Stell das nicht in Frage Hör auf, auf mich zu schießen mit deinem Bogen Versuch es dir nicht hinzukommen, Ente Okay Mach ich nicht, mach ich nicht Wirklich nicht Wir haben ihn unter Kontrolle, Leute Wir haben das gewonnen Ich bin mir ganz sicher Ah, da, wo kommst du? Was geht, was geht, was? Wieso bist du nicht da abgegangen? Das war so unlogisch Leute, wir sind zu OP Weil ich dich nicht gehintet habe Wir sind zu OP, Leute Ente, gib Warte, Alter Warte, Alter Warte, wie oft ist ich dich genommen? Ich habe drei Herzen, Ente Das war ein guter Versuch, Ente Das war ein sehr guter Versuch Das ist so zäkologisch Ich habe dir gerade mein Schwert die ganze Zeit ins Gesicht gehauen Leute, ich habe gerade keine Angst, Leute Es war nur ein bisschen Schauspielerei Damit ihr denkt, dass ich Angst habe Aber ich wusste, Ente kann uns gar nichts Vorbei, Ente Vorbei, ganz ehrlich Jetzt noch die Waffe holen Die Waffe Super enderpellen Damit wir immer sicher sind Der Helikopter hält Damit wir auch ein bisschen rumfliegen können Und wir brauchen mehr Rüstung, Leute Das heißt, mehr von den Cases Ja, oh, Ente Es ist vorbei Vorbei mit O Oh nein, bitte Vorbei ohne R Es ist vorbei, Ente So, Leute Erstmal die Cases jetzt aufmachen 18 Stück Let's go Nein, bitte, bitte Einfach bitte Ente Du gehst Keine Helmholtz-Farm, habe ich gesehen Oh, lass mich bitte Ein Rüstung, bitte Ich habe das sonst gar nicht Abgeben, Bände Oh, das war knapp Das war das Nein, ey Du trappst die Ich brauche die Nein, bitte Einfach gönnen doch Na gut Die kannst du bei Leute, da wird ja gleich stark werden, Leute Ich muss aufpassen Müssen wir mal jetzt hier endlich die Runde beenden gehen Ich weiß, wie ich dein Bett finden kann Warte mal, wo ist das Item, Leute Hier Let's go, Leute Du kannst fliegen Hier Oh, 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 Leute Das ist nicht gut Oh, jetzt ist es over für dich Jetzt Es ist over Ente, wir waren immer Kumpels, Bro Immer Immer Ente, was habe ich da? Ich habe Raketen, ich habe Raketen Nein Ah, Schabon Rettet Das wird sein Ich versuche es gar nicht Ente Oh, ist ein Gift Weil ich habe Gift bekommen Oh, deine Giftregel Oh, nein Oh, ich kann nicht mehr die ganze Zeit In der Zeit sammeln Nein Ente Oh, kommst du denn Warte mal, willst du nicht aus deiner Base raufkriechen jetzt? Ähm, nein Das darf ich gleich nicht Warum willst du nicht aus deiner Base rausgekrochen kommen zufällig? Nein Ich frage dir nicht, wo meine Base ist Das ist verliebt Das ist ein guter Zeitpunkt, um aus deiner Base rausgekrochen zu kommen Ich sage dir ehrlich Ich bin schon lange, lange weg Ernst, ich hatte Enderpellen Weißt du, wer bei deinem Bett ist? Hä, bist du gar nicht Ich habe deine Base gefunden Die ist hinten rechts Die ist eine Treppe nach unten Nein Du kannst gar nicht bei meiner Base sein Okay, na gut Dann bräuchte ich das weiter gehabt Kein Problem Warte, warte Warte, warte Bist du echt da? Nein, Enderpellen Ich lüge nur Hä, du bist ja gar nicht Ich bin da gar nicht Du hast doch genannt Du bist gar nicht bei meiner Base Du hast mich reingelegt Ah Eigene Falle getreten Nein, 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 nein Nicht gut Äh, Enderpellen, wo bist du denn? Du hast mich reingelegt, Mann Ja, du kannst fliegen wie ein Vogel und ein Adler Funktioniert Ich kann auch fliegen wie ein Vogel Und ein Adler Ja, genau Ja Ein Adler kann auch fliegen, Jens Aber weißt du, wer auch hochfliegt? Du fliegst hoch Du fühlst dich Du wirst fühlen Nein Das darf doch nicht wahr sein Wieso war dein Block weg? Wieso war dein Block weg? Nein, ich habe verloren Das war es jetzt wirklich mit mir Antigravitation So war es aber Ich bin der Bett nicht Damit ich einfach deine Space-Bette zerstöre Nein, 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 nein Kannst du gar nicht wo du fliegen durchgehen Äh, das geht nicht Der Block geht nicht Wurde deaktiviert Anton, Anton Du musst ein bisschen nachdenken Bedrock kann man nicht kaputt machen, Ente So Warte, Bro Ja Au, au, au Ich wollte nicht böse sein Warte Was geht, Bro Das ist nicht fair, Ente, wie du spielst Das ist nicht fair Denn dem akzeptiere ich nicht Warte Hör auf mit dem Bullen auf mich zu schießen, Ente Okay, dann bitte Planwerfer Bitte, Ente, das kann doch nicht sein Kräft mich doch Wie behandelst du mich, Ente? Wie ein guter Freund Hör auf mich doch einfach Hey, ich seh nicht so nicht verblüht Hey, voran bin ich Wo ist deine Base? Wo ist deine Base? Nein Warte, Ente Nein Leute, wir sind in Gefahr Wir sind in Gefahr Jetzt haben wir ein Riesenproblem, Leute Ein Riesenproblem Ich glaub, mein Bett ist gleich ab Wo ist deine Base? Hör, nein, ich bin auf die Nähe Nee, die macht so viel Damage Ich bin Ich hab halbes, 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 halbes Hör Ente Du hast nichts gesehen, Ente Mach die Augen zu Mach die Augen wieder zu, Ente Mach die Augen wieder zu, Ente Nein, ich weiß, wo deine Base ist Du bist Au Nein Wo bist du, Alfa? Mach die Augen wieder zu Mach die Augen wieder zu, Leute Ich muss abholen, ich muss abholen Ente Ich weiß, wo deine Base ist Geh mein Bett suchen, ist okay, Ente Geh mein Bett suchen, ist okay, ist okay, ist okay Ich werde dich jetzt auch wachen, Bro Stop Ja, aber sei dir nicht so sicher Du hast es nicht direkt gefunden Das ist doppelt versteckend Was ist das für ein Labyrinth, Ente Ich hab nachgedacht, Ente Man kann sich einfach so verstecken Man muss es doppelt verstecken Weil du bist gefährlich Bro, du wirst schon, dass ich eine Axt hab, ne? Oh, die funktioniert nicht, warte Kaltes Axt wird mit dem Flammerwärter Der ist leer Nein, Ente Du wirst mein Bett nicht kriegen Ich sag dir das Wo ist dein Bett versteckt hier? Lass mich einfach zahlen Und dann sag ich dir, wo mein Bett ist Bro, ich check's dich Wo ist dein Bett hier? Ente Das ist eine gute Frage Sehr gute Frage Sehr gute Ente, Ente, es ist doppelt versteckt Vielleicht, Ente Guck einfach genau bis hin Da um die Ecke, weißt du Warte mal Hier ist doch, glaub ich Noch eine geile Tür, Ente Nein, 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 Ente Das ist nur Ablenkung Doch, da ist eine Tür Ente, das ist nur Ablenkung Ich bin drin, ich bin drin Das ist eine Ablenkung, Ente Warte mal, ich hab gar keine Bedrock-Spitze Die Bedrock-Spitze Die Bedrock-Spitze ist in deiner Kiste Oh, nein Das ist mein Ernst Bro, was machst du Aber das ist eine Fall Der war so gut, Alpha Nein, ich hab verloren, Freunde Ich hab verloren Bro, dein Bett ist jetzt ab Ente, aber warte Guck mal da um die Ecke Ich hab da noch was versteckt Hä, wo, wo warst du? Hinter dem Bett Da ist noch eine Kiste Mit noch mehr Atem Was? Oha Wo, in der Bedrock? Die leg ich jetzt frei Ja, genau da Warte, warte, warte Ich suche, wo ist die da? Ente, bitte Ente, weißt du Wir waren immer gute Freunde Sehr gute Freunde Sehr gute Ja, Mann, ich suche gerade die Kiste Mir ist gar nichts Hier ist noch Bedrock Stimmt, Ente, das kann sein Und dann kann ich hier irgendwo durchgehen, bitte Nein, 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 nein Ich hab ein Problem, Leute Base, wo ist die Base? Ente, wo ist deine Base? Bro, wo ist deine Kiste? Mann, ich suche sie immer noch Wo ist deine Base, Ente? Ich suche die nicht, Ente Ich suche die nicht Wo bist du? Ich weiß nicht, Ente Ich weiß nicht Ich glaub, du hast mich reingenickt Da ist gar keine Kiste versteckt Das schöne Atem ist in deiner Kiste, Ente Danke für die Einabhängung Danke für die Feigele Hey, du bist zu meiner Base Geh aus deiner Base raus Wo ist deine Base raus? Ente, ich hab einen Burgen Wenn du dich hier reintraust, Ente Du fliegst runter Wie ein Vogel Wie ein Adler Ente, wie ein Adler Wo ist mein Eingang? Zu meiner Base Ente, du wirst wie ein Adler Runterfliegen, Ente Ente, versuch das wirklich nicht Bitte das nicht raten, Ente Ich mach halt keine Kisten auf Hey, du hast dir zugebaut Ente Nein, ich würd's lieber nicht versuchen wechseln Ich hab das abgebaut, weg hier Ich würd's nicht versuchen, Ente Ich hab Leiser Ich hab sofort einen Plan, wenn wir reinkommen Ich komme Oh, wett, 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 wett Au, au, au Ente, verschwinde Au, au, ey, au, au Weg hier, weg hier, au Wie viele Herzen hattest du? Sag ehrlich Oh, Bro, ich hatte noch 10 was Ähm, echt, Bro? Ja, wieso? Dann hast du noch mein Schwert Ich hab doch nicht gesehen mit 24 Attack Damage Äh, du warst schon 1927 Ente, das freut mich für dich sehr, sehr interessant Ich warte auf dich Wo bist du, mein Freund? Weißt du was? Dann baue ich einfach meine Base zu Mit Bedrock und sperre dich da Hey, ich komm raus, ich komm raus, Ente Es ist okay, ich komm raus Ich komm raus, Ente Wir klären das Wir zwei Erwachsenen, okay? Okay, komm raus Eine Sekunde muss es mir noch geben, Ente Eine Sekunde 25 Attack Damage, ja Leute, das war's mit uns Ente wird uns sofort besiegen, wenn wir da rausgehen Ich hab verloren Wieso ich hier bitte rauskommen, Leute? Das ist unmöglich Ente, Ente, Ente Ich will einen ehemals verloren, sei ehrlich Äh, Pa, wieso? Äh, du bist zugebaut Oh, oh, hab ich dich eingebaut? Warte wieder ab, Ente Was krieg ich dafür, wenn ich dich eingebaut habe? Dein Einter kriegst du Dein Einter kriegst du, Ente Du hast das gemacht gerade Mit einer Enderperle Bleib stehen Ente, fühl dich nicht, fühl dich nicht Au, die Liste sind stark, Mann Fühl dich nicht, Ente, fühl dich nicht Ich werde dich besiegen, Ente, das weißt du Oh Du weißt, wer dein Erzfeind ist Oh, getroffen Schauen wir, komm, Bro Ich glaub, nicht viele Leute Sonst hat er anders reagiert Das ist gar nicht gut, hey Wo bist du? Ah, da bist du Was geht da? Ente, 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 Ente Können das klären, Ente Ich brauch noch... Komm, bei Abrams Hör mal, komm, ihr bist kaputt Au, wo bist du? Ich brauch nur noch ein paar Items, Ente Nur ein bisschen... Ein paar Items? Ich brauch jetzt auch noch ein paar Items Damit ich dich abwarnen kann, ne? Ente, die Pfeile holst du nicht, empfehle ich dir Ich rate dir das als Kumpel Echt, als Kumpel? Wieso? Rate dir das nicht, hier Pfeile zu holen, Ente Oh, ich seh nix, ich seh nix Nein, 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 nein Nein, ich blieb sehr gut Schnell weg, schnell weg, schnell weg Wo bin ich, wo bin ich? Ich seh wieder was Hier wieder was Ente, Lertes Oh, ist doch irgendwas, Leute Wir müssen ihn irgendwie besiegen können Komm mit, komm mit Ente, Bro Wir können mal kurz reden, Ente Wir können kurz was klären, Ente Au, ey, ich brenne Hör auf damit Ich bin kurz was klären, Ente Oh, Flammerf macht schade Oh, nein, meine Rüstung ist fast kaputt wegen dir Ente, das ist sehr schade Sehr schade Ah Ich hab dich getroffen, ich glaub ich hab dich getroffen Oh, stark geschwert, Ente, sehr stark geschwert Ich bin vergift Oh, die Nägel, die Aua, Aua Oh, die macht Oh, nein, 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 ich hab gerade noch Ernst, bitte Wo bist du? Ente Ich seh nix mehr Au, 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 nein, nein Ente, 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 Ente Oh, Ente, war gut Doch, viel Ernst, viel Ernst Ich muss einen anderen Plan Bist du? Na gut, Ente, dann halt Plan C aktivieren Weißt, was der Plan ist Was denn? Es gibt keinen Plan C, es gibt keinen Plan C, Ente Ente Brüte Ente, bleib weg von mir Wirklich? Nein, 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 ich seh nix Ich werde es nicht verlieren, Leute, nicht das Video Hier aufs Halbchen gegen Ente verloren, Leute Ich darf nicht nochmal verlieren Ja, du wirst verlieren Ich hab eigentlich nie verloren gegen Ente Ente Der hat sich die ganze Zeit verschont Ente Ente Bleib schön um, okay Ente, okay Ich bin Nagel, dein Puppig. Ah! Ente! Was geht? Oh, das hat ja wirklich Damage gemacht, ey. Fühl dich nicht, Ente. Fühl dich nicht, dass du stark bist. Ich bin stärker als du. Du kannst dich hier besiegen, oder was? Kannst du nicht. Du denkst, du bist stärker als du nicht. Du träumst ein bisschen zu viel, habe ich das Gefühl. Echt? Ich soll träumen? Wirklich? Du träumst ein bisschen zu viel, Ente. Du träumst ein bisschen, Ente. Aber mir bitte... Oh! Hey! Ich war mit mir in den Zorn drin. Ich war einfach, Ente. Hä? Was? Warte mal. Es wird zwar ab, oder? Ja! Nein! Also, wie? Mann, ich habe gedacht, ich gewinne das E-Sendat nicht verschont die ganze Zeit. Also, das waren sehr große Fälle. Leute, lasst mich, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht zu abonnieren. Keine weiteren Videos hier von meinem Kanal zu verpassen. Schreibt mir vorbei. Und ich sage Tschüss! Ciao!